Was hat es eigentlich mit MyBeanSelect auf sich? Die meisten Kaffeetrinker haben eine Lieblingsbohne, die sie jeden Tag trinken. Dafür ist das Hauptfach vorgesehen. Wenn ihr jetzt aber zwischendurch einfach mal eine andere Bohne genießen wollt, ja oder Oma kommt zu Besuch und trinkt nur koffeinfreien Kaffee, kein Problem. Ohne reinigen und ohne umfüllen. Einfach mit dem Dosierlöffel die gewünschte Sorte in den zweiten Schacht einfüllen, Löffel drauf und die Caffeo Varianza verwendet automatisch die neue Bohnensorte. Taste drücken und genießen. Viel Spaß damit! Eure Isabella vom Melitta-Team